Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 31. August mit Kai Fedrau. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Die Stadt Essen bekommt viel Geld aus dem Verkauf des Energiekonzerns Steak. Eine genaue Summe steht dabei noch nicht fest. Es gibt aber Schätzungen über rund 140 Millionen Euro. Auch die Politiker im Stadtrat haben sich zum Steak-Verkauf geäußert. Zum Beispiel hofft Fabian Schrumpf von der CDU, dass das Geld nachhaltig genutzt wird. Im Bereich Energie, Wärme, Strom. Ich kann es so sagen, es wird wohl kaum dafür genutzt werden, um einfach nur irgendwelche Löcher zu stopfen. Sondern es geht auch um wirklich nachhaltige Investitionen an der Stelle. Auch Ingo Vogel von der SPD in Essen hat schon eine Vorstellung, wofür das Geld investiert werden kann. Die Stadtwerke selbst müssen in einem Geschäftsmodell, was zukunftsfähig ist, sich neu aufstellen. Da sind Projekte erforderlich. Wie können die Stadtwerke der Zukunft in Essen Geld verdienen? Wenn ich mal rumpspinnen dürfte, dann würde bei uns der SPD-Fraktion der Fokus in den Bereichen Kinderbildung, Jugend und Sport liegen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir sämtliche Freizeit- und Sporteinrichtungen wie Kultureinrichtungen ertüchtigen können, sodass wir da richtig effizient was für uns getan haben. Die Stadt muss bald einen kommunalen Wärmeplan aufstellen und Projekte für neue Heizungsanlagen entwickeln. Einige Politiker im Rat der Stadt stehen zum großen Teil hinter diesem Vorschlag. Der Bund der Steuerzahler fordert die Stadt Essen auf, mit dem Geld einen kleinen Teil ihrer Schulden zu bezahlen. Die belaufen sich aktuell auf rund drei Milliarden Euro. Bei der Telekom gab es heute Mittag eine großflächige Störung bei uns in Essen. Mehrere tausend Telekom-Kunden in Essen hatten deshalb am Mittag für mehrere Stunden kein Internet. Und diese Störung hat auch uns bei Radio Essen betroffen. Am Mittag hatten wir mehrere Stunden lang einen Sendeausfall. Ihr konntet uns deshalb stundenlang nicht über die 102.2 und über die 105.0 hören. Und wir mussten unser Programm auch etwas anpassen. Teilweise konnten wir nicht mehr richtig senden. In der Innenstadt waren am Mittag wohl auch einige Kassensysteme gestört. Das hatte uns eine Radio-Essen-Hörerin berichtet. Gegen 14 Uhr war die Störung behoben. Seitdem konnten wir auch wieder normal bei Radio Essen senden. Das geplante Verleihsystem für Lastenräder ist beschlossene Sache. Die Politiker im Stadtrat haben den Planungen zugestimmt. Es wird zwölf Ausleihstationen geben. Unter anderem am Katernberger Markt, am Rüttenscheider Stern und am Grenzplatz in Steele. Die Lastenräder werden durch einen Elektromotor unterstützt. Die Stadt Essen wird jetzt ein Unternehmen suchen, das den Verleih der Lastenräder organisiert und betreut. Die Investitionskosten liegen zum Start bei 75.000 Euro. Alle genauen Standorte könnt ihr auf radioessen.de nachlesen. Wann es genau losgeht, ist aber noch nicht klar. In Frohnhausen soll aus einer ehemaligen Kirche bald eine moderne Sporthalle werden. Der Landschaftsverband Rheinland will die ehemalige St. Augustinuskirche in Frohnhausen zu einem Forschungs- und Therapiezentrum umbauen. In dem ehemaligen Kirchengebäude entsteht dann ein Bewegungs- und Veranstaltungsraum. Der soll als Sporthalle für mehrere Sportarten genutzt werden. In den anderen Gebäuden sollen Büros für das LVR-Klinikum entstehen. Auch Räume für Forschung und Lehre sind geplant. Direkt neben der alten Kirche ist eine Kita, die auch weiter bestehen bleibt. Der komplette Umbau der ehemaligen Kirche soll 2025 fertig sein. Im Stadion an der Hafenstraße in Berge-Borbeck gibt es bald einen neuen Rollrasen. Der Platz ist im Moment in einem sehr schlechten Zustand. Schon beim Spiel von Rot-Weiß Essen am vergangenen Sonntag war der Platz sehr kaputt. Das Spiel wurde zwischenzeitlich sogar unterbrochen, weil das Risiko für Verletzungen so hoch war. Für die Spieler war diese Unterbrechung auch sehr sinnvoll, sagte uns RWE-Spieler Cedric Harenbrock. Wir sind ja auch froh, wenn da nicht so viele Löcher sind. Ich meine, die entstehen nach fünf Minuten wahrscheinlich wieder. Sah halt wieder aus wie ein Minenfeld. Ist halt wirklich eine Verletzungsgefahr. Damit sich bald keine Spieler verletzen, soll der Platz in der nächsten Woche ausgetauscht werden. Bis zum nächsten RWE-Heimspiel in zwei Wochen soll der Rollrasen im Stadion liegen. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der kommenden Nacht werden die Wolken ein bisschen dichter und dann ist auch später ein bisschen Regen möglich. Bei Temperaturwerten um die 13 Grad und morgen, da bleibt es dann dicht bewölkt. Es lockert auch nur wenig auf und immer wieder sind da einige Regenschauer dabei. Bei Höchstwerten um die 21 Grad. Und das war es jetzt mit den aktuellsten Nachrichten aus Essen für heute. Die nächsten aktuellen Nachrichten gibt es dann morgen früh, wie immer hier in der Radio-Essen-Frühschicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. und überall da, wo es Podcasts gibt.